Hügelsprinten. Was soll das? Warum machen das manche Athleten? Und kannst auch du davon profitieren für das Bergsteigen? Darum geht es heute bei Training für die Berge. Ja, ja, das Sprinten, das kennt man noch aus der Schulzeit. Immer war man der langsame Samste. Oder war das nur ich? Egal. Aber nach der Schule haben die meisten damit aufgehört. Verständlicherweise. Ist ja auch wirklich anstrengend. Aber irgendwann holt es einen dann doch wieder ein. Und ganz interessant ist natürlich das Hügelsprinten. Das bedeutet, man hat irgendwo einen steilen Hügel, eine sehr steile Straße oder sonst irgendwas und sprintet da hinauf. Das sind meistens Strecken über 100 bis 200 Meter und so richtig steil. Gibt's auch manchmal im Wald oder so. Die Frage ist nur, kann man da jetzt als Bergsteigerin oder Bergsteiger auch davon profitieren, wenn man solche Hügelsprints oder Sprints im Allgemeinen macht? Oder ist das eigentlich völlig irrelevant? Weil man ja eh länger unterwegs ist und damit vor allem eine konstante Belastung und keine wiederkehrende Belastung vor sich hat. Naja, das Ganze kann man eigentlich gar nicht so einfach sagen. Schauen wir uns das doch erstmal aus der physiologischen Perspektive an. Wer schneller läuft, braucht eigentlich nicht unbedingt mehr Ausdauer, sofern man nicht über längere Zeit schneller laufen will. In erster Linie brauchen wir also Kraft. Die Kraft, die wir beim Sprinten brauchen, liegt im Gesäß, in den Oberschenkeln und in den Waden versteckt. Und je explosiver man diese Kraft trainiert, desto besser kann man sprinten. Das gilt auch fürs Bergauflaufen. Gerade beim Bergauflaufen werden die Waden sogar noch mal intensiver belastet. Das bedeutet, dass die explosive Bewegung notwendig ist, um sich schnell und ruckartig abzustoßen, damit eben ordentlich Geschwindigkeit zustande kommt. Das bedeutet, wenn man das kann, also richtig schnell Hügelsprints absolvieren kann, bleibt natürlich die Frage, ob man das jetzt irgendwie auch am Berg einsetzen kann. Da gibt es natürlich wie immer keine ganz eindeutige und einleuchtende Antwort. Oder zumindest die Antwort Jein. Das Problem beim Bergsteigen ist ja irgendwo, dass es so viele verschiedene Disziplinen gibt. Aber grundsätzlich können wir Explosivkraft in folgenden Bereichen gut brauchen. Zum Beispiel am Klettersteig, vor allem bei schweren Klettersteigen, beim Seilklettern oder bei besonders steilen, stufigen Steilaufschwüngen beim Bergsteigen. Denn je explosiver wir eine Steilstufe hochdrücken können, desto weniger Schwung brauchen wir. Und Schwung ist immer ein Unsicherheitsfaktor. Je weniger Schwung wir also brauchen, desto stabiler und sicherer sind wir am Berg unterwegs. Brauchen wir als Wanderer und Weitwanderer und Co. eigentlich auch Explosivkraft? Ehrlicherweise nein. Aber wovon die Wandergemeinschaft durchaus profitieren kann, ist, dass die meisten Sprint-Trainings auch Zone-4-Trainings sind. Wenn ich weiß, was Zone-4-Training ist, da schaut einfach mal beim I oben vorbei. Da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Aber auch abseits von der Hassliebe zum Herzfrequenztraining gibt es ein gutes Argument dafür, nämlich Muskeln. Die lassen sich mit solchen Sprint-Trainings besonders effektiv aufbauen. Man kann also das Bein-Workout, auch hier wieder, Video beim I, da findet ihr die richtig geilen Foltermethoden der Beine. Man kann das Bein-Workout also auch einfach um diese Übung ergänzen oder statt zweimal die Woche Bein-Workout einfach einmal Bein-Workout und einmal Hügelsprinten machen. Denn weil wir eben beim Sprinten mehr Explosivkraft brauchen, brauchen wir auch mehr Kraft im Allgemeinen. Und deshalb hat man nach einer Trainingseinheit voller Sprints auch deutlich mehr Muskelkalter als nach einer Trainingseinheit mit gemütlichem Dauerlauf. Aber ist der Unterschied jetzt das Training wirklich wert oder ist das reine Zeitverschwendung? Auch hier kommt es wieder auf den eigenen Erwartungswert an. Will man während den restlichen Trainingseinheiten der Woche schneller und effektiver werden, gerade was die Laufeinheiten betrifft, dann lohnt sich ein Sprint-Training durchaus. Denn damit können wir die Maximalkraft und die Explosivkraft trainieren. Wir kommen über längere Zeit einfach leichter und damit erholter bzw. schneller über Steilpassagen und ähnliche hinweg. Das kann für das Training durchaus Sinn machen, vor allem wenn man in den Bereich Speedhiking vordringen möchte. Geschwindigkeit kann manchmal eben durchaus von Vorteil sein. Wer das Hügelsprinten definitiv nicht brauchen kann, sind einfach Wanderer, die relaxed durch die Alpen wandern wollen, in einem gemütlichen Tempo mit Rucksack, Stöcken und einer netten Unterhaltung nebenbei. Die, da werdet ihr einfach nicht wirklich davon profitieren. Ihr braucht es also auch nicht unbedingt in euer Training einbauen. Lustig ist es ehrlicherweise aber trotzdem manchmal, vor allem wenn man sich so richtig heftig auspowern kann. Und falls ihr vorhabt, solche Hügelsprints oder Sprint-Trainings jetzt zu machen, möchte ich euch unbedingt noch ein paar Hinweise mitliefern, damit ihr auch gesund bleibt. Zum einen, ja, man kann es auch auf Treppen, also im Treppenhaus oder ähnlichem machen. Ich würde euch davon aber abraten, wir reden hier ja immerhin von sehr, sehr schnellen Bewegungsmustern und ab einer gewissen Geschwindigkeit werden Treppen zu einem echten Geschicklichkeitskurs. Deshalb sollte man davon eher absehen, um sich nicht zu verletzen. Außerdem solltet ihr bitte niemals nach einer langen Laufeinheit, einem Zone 1 oder Zone 2 Training, eine Sprint-Einheit machen. Bitte nicht. Das ist Mord an eurer Muskulatur und ich verstehe nicht, warum das so ein beliebtes Thema ist. Ich habe mit mehreren Physiotherapeuten und Sportmedizinern gesprochen und alle haben mir stets bestätigt, dass das ein riesiger Bullshit ist und es auch irgendwo logisch ist. Wir haben nach einer langen, mäßigen Belastungseinheit sehr viele kleine Mikrotraumen in der Muskulatur. Jetzt wäre der Muskulatur wirklich mal nach einem Schläfchen zumute und dann kommt ihr und sagt, na, jetzt geht es erst richtig los. Ja. Was werden die Muskeln dazu wohl sagen? Im Best-Case-Szenario Muskelkater, im Worst-Case-Szenario zerrt ihr euch vielleicht was. Naja, das war der Endspurt glaube ich nicht wert. Jedoch solltet ihr die Hügelsprints oder auch normale Sprints nicht einfach so direkt zu Beginn einer Trainingseinheit machen. Vorher aufwärmen. Zehn Minuten lockeres Dahinjoggen, ein bisschen die Hüfte, Knie und Sprunggelenke mobilisieren und warm werden. Kann ich übrigens vor jeder Trainingseinheit empfehlen, auch vor Bergtour. Kleiner, pro Tipp am Rande. Jedenfalls solltet ihr erst nach dem kleinen Warm-up mit Sprints beginnen. Ihr dürft nicht vergessen, dass das für die angesprochenen Muskeln, gerade wenn man es die ersten Male macht, eine halbe Notsituation ist. Da geht ihr erst ganz gemütlich vor euch hin, eure Muskeln denken sich nichts Böses und plötzlich kommt Alarmsignal zur Spitzenbelastung. Das ist ungefähr das Äquivalent zu einem erholsamen Nachtschlaf und dann kommt das. Also fassen wir nochmal zusammen. Für durchschnittliche Bergsteiger ist das Sprinttraining wirklich egal. Es gibt keinen wissenschaftlichen und physiologischen Zusammenhang zwischen langen unterdurchschnittlichen Dauerbelastungen und kurzen extremen Spitzenbelastungen. Das eine und das andere sind in muskulärer Hinsicht völlig unterschiedliche Dinge. Für ein regelmäßiges Training kann die aufgebaute Muskulatur, gerade in Kombination mit dem Zone-4-Niveau, aber eine nette Abwechslung und eine Trainingssteigerung sein, aber auch nur, wenn man tatsächlich aufs Laufniveau hin trainiert. Seid ihr noch mit Gehen oder Walken beschäftigt, habt ihr auch da keinen großen Effekt zu erwarten. Wenn ihr aber aus trainingstechnischem Nutzen oder weil einfach irgendwie auch es lustig ist, das Ganze machen wollt, immer gut aufgewärmt sein und bitte nicht nach einer langen, anstrengenden Trainingseinheit noch auf die Idee kommen, jetzt ein Sprinttraining dran zu fangen. Also am Mythos des Sprintens für das Bergsteigen, an dem ist eigentlich fast gar nichts dran. Das bedeutet, das kann weiter Teil der Biathleten, Fußballer und Footballspieler sein. Wir kümmern uns lieber um eine fette Grundlagenausdauer und ordentlich Kraftausdauer. Hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Würde mich interessieren, ob ihr eigentlich in der Schule, seit der Schule schon mal auf die Idee gekommen seid, zu sprinten. Also ich noch nicht so wirklich. Naja, wie immer wünsche ich euch natürlich eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Gutes Training und Bergheil!